Sehr schön, das wäre erledigt. Hier wird man eben abgesaved. Langsam kriegen wir ganz gut Struktur hier rein. Da ist nichts zu wollen. ... ... Den hätten wir fast gehabt, von daher. Da ist die, die wir erledigt. So war einer dieser Hirnhäuser wahrscheinlich, eins dieser Hirnhäuser. Mit Zombies drin, das sehe ich so schön. Why not, eh? Oh, komm her! Oh, okay. Oh, okay. Jetzt sind viele drin, geht das ja nicht. Oh, okay. 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 So, die werden alle erledigt. Warten aber natürlich noch mehr, war klar, dass es nicht alle sind. Oh, okay. 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 Die kleine Kater dreht wieder durch. Steintafeln. Und hier ist auch noch was. Die Macht der Gegensätze. So, das hätten wir mal erkundet. Hier haben wir noch einige Steintafeln gefunden. Mal gucken, ob wir den Zweihandkampf haben. Das wird ein sehr hilfreiches Teil noch. Da wir ja auch bald kein Anfänger mehr im Zweihandkampf sind dadurch. Sehr schön. Hier können wir später noch nachher kommen. Ich bin noch grad nicht mehr so sicher, wie man da überhaupt drüber kommt. Aber kann uns eigentlich erstmal egal sein. Wir sind jetzt in das andere Gebiet. Und da wo der Fokus ist. Und irgendwie müssen wir mal in diesen Ort dazu knacken. Und das ist verrückt. Wenn das ist. Da das daheusend ist. Da das tatsächlich geht. Das Ganze geht. Da ist doch gar nicht nur ein paar Daumen. Da geht es doch nicht. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielleicht sollte ich auch erst in den Sumpf gehen? Ich gucke aber erstmal, was hier noch ist. Wenn die Gefahr jetzt sowieso so gut wie vorbei ist, dann kann es ja auch egal sein, dann kann ich ja hier doch erstes hingehen. Ich gucke erstmal die Truhe ausbrennen. Der alte Steinpapel. Schade, dass das nur eine alte ist. Noch ein walk. Was ist das bitte schön denn? Das war's für heute. 3 ich bin in den von Es gibt einen versteckten Weg, ist auch interessant das mal zu sehen. Wo soll der denn bitteschön sein? Der hier? Sieht ein bisschen sehr gewagt aus. Aber gut, wir können es probieren. Sieht zwar sehr gewagt aus, aber nicht. Unmöglich. Ich glaube, wir können es probieren. Ich glaube, wir können es probieren. Was sollst du denn nicht runterrutschen? Was sollst du schon oben langlaufen? Das hier könnte besagter Weg sein. Das hier sieht sehr nach versagter Weg aus. Das ist nur noch ein sicheren Abstieg. Juhu! Die Ochsgleichung.